hallo und herzlich willkommen zur neunten folge von minecraft projekt fight und heute werden wir auf die oberfläche gehen also jetzt warten wir noch bis die öfen fertig geschmolzen sind und wir los angenau ja ok der erste ist fertig und der zweite naja der ist nicht fertig ach so okay passt ja die das was denn wegen dir ist richtig 3 natürlich auch das kennt die eigentlich da machen wir noch hier ist das kann gehen wir wieder schöne volle neue spitzhacke diesmal nicht so blöd mit fünf levels verzauert mit einem level und die gleiche verzauerung kriegt hat mich nur verklickt wegen der texture pack und wegen der version war es ein bisschen uneindeutig ja ich finde keine dios also warum bau ich nicht nur gold 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 okay das ist natürlich gut die haben wir schon wieder nicht gestoppt aber war dann eh wieder wenn wir über der ernst dann würde dann eh wieder lieber wieder in die als oben stehen zu bleiben okay an der nähe war wahrscheinlich keiner weil die ganzen items noch draußen ist natürlich auch gut genug dafür war es dass du nahm wirst ich habe zum beispiel an er kämpfen ist gegangen oder so keine alarmer lage aber also um das noch mal zu sagen in den regeln steht ja dass wir zwölf folgen lang ohne fight auskommen darf das heißt ich bin jetzt schon bei der achten jetzt bei der neunten und kurz gesagt muss sie dann zum fight machen und ich glaube ich habe schon ins auge gefasst mit wem das macht aber bevor ich das mache ich mir noch ein paar folgen auf damit die gleiche folgen auftunen habe wie er und dann werden wir wahrscheinlich fighten jetzt würde ich schon sagen tr.test ist er auf jeden fall mit dem ich das bis jetzt ausgemacht habe und solange es nichts ändert wird es also sein und hier ja ich sage jetzt bald langsam wieder zurück zu den öfen ja bau ich aber eh gleich und dann geht es nach oben ich finde echt alles außer dir also ich würde es jetzt echt nicht nach fünf nochmal sagen aber eigentlich ist es bei so vielen minern müsste man doch nicht easy schon mehr als ich haben ich verbringe echt ewigkeiten gefühlt mit der diamanten suche ja deshalb machen wir jetzt eh einmal was anderes ja mach stein gehen wir nach oben oder? auch nach oben ordentlich Capri also zurzeit keiner auf dem server weil ich heute mal ein bisschen später spüre aber noch alles in der zeit wo man aufnehmen darf ja nicht so wie ich es auch schon gemacht habe unbeabsichtigt unbeabsichtigt ja man muss mir echt immer daran denken weil ich würde immer gerne in der früh aufnehmen damit ich es dann schneiden kann aber das geht ja nicht wenn man erst ab 14 uhr aufnehmen darf ja kack wir haben ja oben immer dumm auf den Arscher mach ich dir so dummer nicht haben wir mal bei Items recht Cover 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 Apis Apis brauchst du Redstone na mach ja geil Vary brauch ja noch ein bisschen Platz für die Iron Axe muss ich gleich noch kraften mhm und Äpfel Äpfel werden wir dann brauchen ja warte mal kannst du kurz schauen wieviel gut die dann hat 50 50 oder sorry ähm ähm Leidzone brauchen wir nicht mehr tja tja was wieviel Gold braucht er für ein Gold Apfer 8 8 Gold mhm dann können wir wieviel machen hm Mathematisch 8 mal 8 ist 4 oder 6 ja 8 ist jetzt 8 gehts gut dann gibt es 7 hier ist auch total ja 6 mal 6 mal wow diese mathematischen kenntnisse ist ein Traum ein Traum halt ja 6 Äpfel brauchen wir also mindestens damit wir dann 6 Gold an Äpfel hätten und ich bin eigentlich mit 6 Äpfel werte die Folge eigentlich schon relativ zufrieden nur dass das jetzt irgendwie das Berg aufbauen länger dauert als gedacht ja du warst ja auf Stufe ja ich kenn den Kerzen der Berg aufgefahren aber jetzt ist auch schon bist du auf Stufe 1 mit Spannung mit Spannung Tage oder Nacht ist und wo bleibt unser Glück Philipp Tage oder Nacht soll ich die Form ausgehen craften ne schau mal aus jetzt kommt ich langsam mehr dort ja 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 jetzt wird es spannender ich glaube ich höre Wasser ich glaube ich höre Wasser du krass und wir haben die Nacht soll ich gerne mal craften ich habe gesagt wir lassen uns davon nicht abhalten oder weil ich glaube es ist jedes Mal tört wenn ich rausgehen will tört es halt tört ja jedes Mal ist tört wenn ich rausgehen Nacht natürlich ja so heißen achsen achsen ich kann es auch am Boden machen aber brauche ich die Sitzung nicht so Spindlein ja Enderman es wäre eigentlich dumm ausgleichen weil man das hundert Meter weit sieht aber was soll ich sagen gibt mir keine Äpfel ich würde sagen ja aber es ist rein theoretisch kein Äpfelbaum hm da ist ich glaube eher sogar weniger oder nicht viele überall nur Birken überall nur Birken überall nur Birken es wäre nicht so gut wenn eine Birke keinen Äpfel gibt und ich war jetzt nur Birkenbauer da hinten ist eine Savanne ja ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher ob die Äpfel geben ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher ob die Äpfel geben ich kann es ihm nicht beschneiden das naja da ist da so ein Braun drauf ok ich glaube die geben echt keine Äpfel seit ich das weiß ich bin mir gerade echt nicht dicht dann gehe dann gehe in welche Richtung so Abignorieren ist gar nicht am scheuersten ok sonst die Boosten die die Boosten immer ich würde überall noch Birken oh Schlacht oi äh das ist echt nur Birkenbauer was für ein Klick ist das jetzt habe ich schon verklickt von Diamantens suchen und jetzt überall Birken ich glaube wirklich das Deck hat ähm mit ihm gegeben das ist logischerweise nicht naja aber ich weiß das gut aus aus und ich weiß das auch nicht oder da ist dann die Leber ja maßes Tag aber ich glaube die geben es eher wir wissen naja das scherzt mich nicht ab dann oder heee wie kann ich so verbeichern oder doch ich brauche zum Schluss nochmal ganzes Essen oder Rühnchen hast du wohl Platz Rühnchen ja 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 passt das Hühnchen ja passt ja Hühnchen ja Hühnchen ist gut ja Helmut kann man echt zurück ich kann mich lieb ja das ist doch nicht so ich kann mich lieb nicht nicht ja 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 ich bau mal lieber einmal was als eine Idee wenn ich da kurz in die Erde runter gehe und mir einen Boden baue damit wir vielleicht die Nacht überstehen Mit ihr? Mit ihr? Ja, aber ich würde Bäume klopfen die ganze Nacht. Ähm... Nein, voll PewDieZombie. Zombies klopfen. Aber eins war sie da. Das ist die Karotte. Ui. Äh, was brauche ich denn? Ja, wir müssen noch einmal nachschauen, was alles... Das sind die... Das ist ca. 5 Minuten. Ok... Warum haben wir die Karotte? Weiß ich nicht mehr. Ich will nur kurz craften, Ruhe. What are you doing? Ja, ich craft kurz. Das haben wir gerade verglichen. Mit den Bäumen und den Nacht. Einen Amboss. Einen Amboss. Und jetzt brauchen wir Bögen. Sticks brauchen wir Bögen. Sticks brauchen wir Bögen. Entschuldigung. Was trifft. Und... Wir haben Bögen entwickelt. 1, 2, 3, machen wir. 1, 2, 3, machen wir. Ja, das war sie. Wir haben auch keines Platz probiert. Power 1. Sehr schön. So. Power 1. So. Ich hab grad... So viel... So viel... So viel... So viel... So viel... So viel... So die Bauzweige, ja? Mhm. Und das musst du jetzt noch einmal machen. Ja. Ja. Wir haben auch noch so viel Blühen, ja. Noch mehr. Wieviel Brauhen denn, ne? Wie viele... Ich hab... Du hast da Angst, ne? Echt? Ich weiß so genau so. Ja... Ja gut, da ist echt kein Spotproblem. Ey, aber das ist schon stupid so hart. Mhm. Egal. Kann die nur Season. Ja. Ja, das ist ein bisschen zu zweit. Oge eins. Immer eins. Zwei. 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 Äh, jetzt haben wir noch einen Scheruano zu einem gesicht. Du wirst noch einen höheren. Ich weiß gar nicht, ob's gut geht. Also von den Levels aus geht's jetzt nicht. Ähm, was mache ich halbwegs? Fliehen? Na, da könnt ihr das Ding daraus führen. Nein, das ist weg, das ist weg. Ist echt optimal. Das ist zu viel, Alter. So, jetzt haben wir halt diesen Dopp. Und der Baum ist ab, halt. Aber es sieht nicht so aus, ob du es abprobierst. Ich muss ja ein Ding anfinden, oder? Ja. Einen besseren Baum. Ja. Ist ja ein normaler. So hast du, weißt du nicht. Ist ja ein Punkt, oder? Ja, er ist anders und ein Scheruano. Warum sagst du denn das? Ich kann nicht nur mal nachschauen. Tick, tick, tick. Ist das ein normaler? Mhm. 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 Also ich glaube, cool. Äpfel werden wir jetzt nicht schaffen. Aber ja. 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 Game-Data gab's. Auf ihn geduldigt. Aber wahrscheinlich die Zeit egal ist. Ja, genau. Warte. Mach ich da noch ein bisschen? Da wirst du die Fakke weg? Aufer! Aufer! Aufer nice! Also die Torkil zu verzichten Da wissen sie wohl, ich bin dann Ok Ok, ein A духовmer, das pass Jetzt verstecken wir uns auch in Anführungszeichen. Wo war ich eigentlich? Nein. Doch. Das ist eine Bahn. Ist aber neu. Kann man nichts mehr machen. So, ja. Passt. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht so abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau.